Hallo und herzlich willkommen bei There You Go TV. Wir sind natürlich wieder auf Party-Tour, denn es ist Samstagabend. Heute Abend, Belle Etage im Parlament. Nochmal, Belle Etage im Parlament. Belle Etage ist wieder on Tour anscheinend. Die machen immer die Wahnsinnsveranstaltungen, wo ganz Hamburg sich mobilisiert und dorthin geht, um zu tanzen. Und wir sind natürlich auch dabei und schauen uns die Fans mal an. Bounce Get down Bounce Bounce Bouse Bounce 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 Bis zum nächsten Mal. Also meine Moods sind auf jeden Fall schon mal gestimmt, weiter rein in die Party. Ich habe nicht gehört, Disco Family sind hier auch noch am Start, die habe ich noch nicht gesehen, aber die will ich wieder mal in den Turn-Tennis beobachten, mal sehen, was die heute machen. Ich denke mal wieder richtig geil, so. Irgendwie verfolgen wir uns gegenseitig die Disco Family schon wieder, der Hammer. So liebe Zuschauer, das war unser Bericht von der Belletage aus dem Parlament. Hammer Party, Sekunde untertrieben, Megaparty, grandiose Party. Ich glaube, mir geht es jetzt echt an Superlativen aus, weil das ist nicht zu toppen. Im Parlament, da passen ungefähr gefühlte 2000 Leute rein, die waren heute auch da, eng auf eng, schön kuschelig, einfach genial. Geile Musik, geiler Sound, verschiedene Floors, es wurde einem alles geboten, trotzdem waren alle Leute gut drauf. Überhaupt kein Stress, keine Probleme. Mega, ich fahre nach Hause, ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart und hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei ValueGoTV.